Wir brennen für ein Herz für Kinder! Ja Sebastian, herzlich willkommen hier in Tecklenburg am Nahkauf. Ich wünsche uns jetzt gleich eine super Feuershow. Wir haben eine klasse Feuerkünstlerin eingeladen, um die Kinder hier aus dem Ort und natürlich auch die Erwachsenen mit ein bisschen Wärme im Dezember zu beglücken. Was wolltest du dazu noch? Ja Michael, trotz des wirklich bescheidenen Wetters, denke ich, werden wir gleich hier allen zeigen mit der Feuershow, dass wir für ein Herz für Kinder brennen. Absolut, absolut. Wir gucken mal, wie viele Spenden heute Abend zusammenkommen. Viel Erfolg und vielen Dank für die Einladung. Wirklich tolle Geschichte. Danke fürs Kommen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Das ist für dieses Jahr die letzte Veranstaltung für ein Herz für Kinder. Morgen am 4.12. findet die Ein Herz für Kinder Gala in Berlin statt. Und ich freue mich, dass wir hier im Nahkauf Drewel in Tecklenburg nochmal so eine tolle Aktion auf die Beine stellen konnten oder können. Und ich hoffe auf viele Spenden und wünsche uns allen viel Spaß. Und ich freue mich, dass wir hier im Nachhinein und ich freue mich, dass wir hier im Nachhinein und ich freue mich, dass wir hier im Nachhinein Es ist ein Herzensangelegenheiten von Nahkauf für ein Herz für Kinder. Super war es. Es war sehr schön. Und das mit der Lichterfrau oder Feuerfrau war sehr schön. Ich fand es gut, die Feuerflut, die war richtig toll. Sie hat mich sogar an eine Serie erinnert, an den Jagu. Nahkauf macht sehr viel für ein Herz für Kinder. Und das finde ich persönlich auch sehr gut, weil die Kindern in Not helfen. Nachkauf. Nachkauf. Nichts liegt näher.